Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT. Schon wieder mal auf den Sonntag. Wie immer. Schon wieder mit Vollidioten. Was anderes haben wir nicht. Ist das auch so wie mit den Schafen? Die ertrinken aber ihr Arno. Es geht gerade darum, ob Fische ertrinken können. Oh Gott. Wir unterhalten uns natürlich immer nur über sehr, sehr hochintellektuelle Wissenswerte. Also Fische können auf jeden Fall ertrinken, wenn das Wasser nicht genügend Sauerstoffgehalt hat. Dann ertrinken die oder ertrinken die? Die ertrinken dann. Hey, hier gibt es... Ich bin mir nicht ganz klar, wie die Definition davon ist. Ich kenne die Map. In irgendwo gibt es einen neuen Laden zum Bestellen von Essen. Ich habe die beiden Viertel gesehen. Bestell mal Wipp für mich. Ja, genau, Alter. Hier sind keine Waffen. Doch, doch. Hier ist ein ganzer Waffenraum. Eddie, 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 Eddie. Gott, Gott, Leute. Xyv, geht da hoch. Ohne, wäre das mal täglich für euch. Nein. Ey, gerade eben hat keiner durcheinander gesprochen. Aber sobald wir in der Aufnahme sind, alle durcheinander, wie die letzten dreckigen Untermenschen. Hallo, Rick. Ich bin nicht dreckig, ich bin vielleicht auch sauber. Ne, ich war heute noch nicht duschen. Toll. Das gehört? Henny hat jemanden erschossen. Ist jemand tot? Niemand hat einen Huhn platziert. Ist jemand tot? Henny, 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 Henny. Ich habe niemanden erschossen. Henny. Henny, 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 Henny. Können wir damit aufhören? Verdammt groß. Hallo, Henny. Hallo, Rex. Toll, wer hat da geschossen? Auf wen? Ich habe mit der Pistole geschossen. Ey, Alter. Ich habe mit der Pistole geschossen. Was zur Hölle macht ihr hier? Die schießen sich ab. Die schießen sich? Ja, die schießen sich. Ich weiß noch nicht, wer wer ist. Er hat eine Granate. Er hat eine Granate. Hallo, Eddie. Eddie, ist es. Ich habe den Asiaten. Ich habe Henny erschossen, er war T. Ich bin nicht so hohl wie du. Ja, doch, du bist ein Ausländer. Und selbst wenn, Henny, ich mache das, was ich will und nicht das, was du mir sagst. Ja, wieso eigentlich? Sorry, du Model. Oh, ich habe minus sieben Punkte, ey. Ja, warum extrektierst du mich auch einfach? Ja, du hast eine Plasma-Granate geschmissen. Ich habe die ja mich selber angeheftet. Ja, aber Plasma-Granaten gibt es nur noch im T-Shop, oder nicht? Nein. Ja, Fabi, dann musst du mal die Plasma-Granaten aus dem T-Shop rausnehmen, weil da gibt es halt immer noch welche. Warum? Ja, nur deswegen habe ich gerade Henny erschossen. Hört da nichts für. Ja, und? Wo ist jetzt das Problem? Ja, hallo, Fabi. Das ist gemein. Jetzt muss ich genau aufpassen, was ich mache. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist weggegangen. Jesus ist bei mir. Er ist weggegangen. Wir hatten hier im Massenraum randaliert. Jesus führt meine Hand. Toll, und Tittenbilder. Wo bist du denn, Tü? Aufgletscht. Ach, da bist du. Tü. Tü. Hallo. Hallo. Wenn ich noch einmal jemanden Hallo höre und sage, dann muss ich leider eure Zunge rausschneiden. Hallo. Hallo. Bixen, Alter. Ich komme nach Polen. Töte dich. Ich bin nicht in Polen. Ich auch nicht. Wieso eigentlich nicht, Alter? Ist schon wieder so weit. Warum weißt du eigentlich die ganze Zeit über den Kiegel hinterher? Weil ich mich Sikra fühle bei dir. Ach so. Sikra? Sikra. 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 Ich heule gleich. Halt die Fresse, Rex. Ich habe doch gar nichts gesagt. Halt die Fresse, Rex. Ich habe doch gar nichts gesagt. Irgendwie sind wir, irgendwie ist das mir ein bisschen unruhig. Nicht wie bei der ersten Folge, wo ich mitgespielt habe, ne? Ja, die war sehr... Komischer Piepser plötzlich. Richtig laute Musik im Video, ey. Weil ich habe im Nachhinein vergessen, habe das zu schneiden. Ja, ja, ich weiß. Also habe ich auch immer so gemacht. Hallo, Andy. Ihr beiden, Alter. Ich habe auf den Boden geschossen. Ja, sag ich auch immer. Was tat denn hier? Aufglätsch. Andy, du bist... Hey, Mami. Alexi. Alexi. Handy, lass uns Kinder machen. Oh, Alter. Nein, bleh. Ich bin weg. Nein, verpiss dich. Du lässt dich von mir schwängern, ob du willst oder nicht. Oh, nee, Alter, du dreckiger Hurensohn. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, Plasma. Wo? Wieso wirst du mir die Plasma hinterher? Weil das kann. Ich habe... Hier ist jemand tot. Wo? Wer ist das? Äh. Psychos, oder? Sie war doch gerade immer bei mir und Rex noch. Guck, 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 hier Nitrox. Du hast eine Shotgun. Was? Ja, ich weiß. Du hast eine Shotgun und ich habe eine Farmer. Du hast doch gesehen, woher ich gekommen bin. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht einfach zurückgelaufen bist. Hey. Oh, sehr schön. Hehehe. Hehehe. Mark, wie war's denn so im Outer Space? In die, du blöder Spasti. Ach war ganz nett. Da gibst du mir auch direkt einen Headshot, Mann. Was ist das? Ich habe gesagt, ich lass mich die Schwängern. Du gehst da rein, ich drück rauf und die Tür geht langsam auf. Und Mark ist weg. Ich sah das aber noch, dass ich gleich sterbe. Aber hey. Echt? Ich habe das auch nicht gehört. Ich habe mitgekriegt, dass du gesagt hast, dass ich gleich sterbe. Dass du gleich stirbst. Aber ich dachte mir so, hm, okay, passiert das. Dann habe ich tief gemacht. Eddie, 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 Eddie. Marka, wir sind noch im Preparing. Beruhig dich. Schön, wie war's denn so? Voller Blei. Ja, ganz gut. Von hinten. Ich pump dir nachher was anderes von hinten rein, die Nutte. Geil. Ah! Doch, ich dachte, ich fall. Ich glaube, Eddie ist es wieder. Amfeln. Ah, flitzt. Ihr seid doch alle eklig. Wieso liegt hier eigentlich keine Munition rum? Geht hier genug Munition im Waffenraum? Wo ist denn der Waffenraum? Da, wo du nicht bist. Wir sind hier im Weltraum, hier gibt es keine Munition. Verpiss dich, Mark. Ich selber. Eddie, 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 Eddie. Wo liegt denn die Munition, Leute, ehrlich? Ich finde hier nichts. Komm, Eddie, Eddie, komm, komm her. Komm her, Eddie. Nein, ich trau dir nicht. Ich will, komm her. Nein. Du kommst jetzt her. Nein. Hallo, Mark. Hallo, Rex. Hallo, Frau, ich trau dir nicht. Ich dir auch nicht. I don't trust you. Hi, arigatoush. Sushi. Arigatou, Sushi. Sushi ist geil. Hey, jetzt Bock drauf. Das ist richtig schön hohen, glitschigen Fisch. Nee, Sushi, hab ich keine Ahnung. Was ist denn hier denn schon wieder? Nein? Ähm, nee, das ist geil, das ist mal Neo. Hallo, Zeug. Ich komm hier nicht klar auf dieser Mepp, verdammte Axt. Du schreibst und schieß auch nicht. Ich hab auf die Wand hinter dir geschossen. Das muss man schon mal sagen. Nee, hast du nicht. Natürlich. Mark kauft, komm, gerade glaube ich ein. Boah, hab ich mich erschrocken, Xyv. Glaube, Mark kauft gerade ein. Boah. Was zur Hölle ist denn hier los? Aber, Hini. So offensichtlich kaufe ich nicht ein, es tut mir leid, Rex. Ich hab'n Huhn. Ich hab'n Huhn. Der da kommt, Fabi, 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 Fabi. Ich hab'n hier direkt umhergehört. Nein, das hat sich nur so angehört. Boah, Alter. Dann war das reiner R.E.M. Dreckige Nutte, Alter. Wir sind hier zu viele, wir sind hier eindeutig zu viele. Ich krieg' Platz. Da. Klaus, Klaus, Klaus. Ich glaub. Klaus, Klaus, Klaus. Xyv, Xyv, wo bist du? Geh weg. Ja, komm mit. Was ist'n hier kaputt? Wieso haben hier alle Schrotflinten, ey? Ich fühl mich richtig so hoch, ey. Oh Gott, Alter. Helfen wir mal hier oben, ich will auf die Betten. Alter! Rex, ich schieß gleich auf dich, wenn du das nochmal machst. Rex! Marc, hab ich dir erlaubt, ist auf ihn zu schießen? Ist mir doch egal. Macht doch so unter euch aus. Rex! Wo bist du? Ich bin direkt hinter dir, das passt. Alter, Rex, ich schieße dir gleich ins Gesicht. Okay, verstehe ich, das ist genau mein Fetisch. Was? Die Regel ist nicht durchgekommen. Ja, das tun die ganze Zeug. Ich auch. Wenn wir's finden, nennen wir's Glocki und wir nehmen's... Moment, ich weiß, was wir jetzt mit dem Huhn machen müssen. Rex. Oh, was fang jetzt was Huhn. Geh weg. Nee, verpiss dich. Geh weg, verpiss dich nicht. Aber jetzt hab ich Hunger, Alter. Du wirst sowieso redest du von Sushi. Hey, Fabius! Nee, Rex hat auf mich geschossen. Ich hab jetzt einfach mal zurückgeschossen. Ich hatte keinen Bock mehr drauf. Boah. Boah. Da ist mir... Da kam er jetzt egal, ne? Der ging mir jetzt grad auf den Keks. Oh. Das kann eine gute Traitor ausgeht jetzt auch sein. Nee, das ging mir grad doch dezent auf den Sack. Was kann das machen und das Huhn? Das kann explodieren. Deswegen trage ich sie jetzt mit mir rum. Ich hab das Huhn getötet. Ich hab ein Huhn getötet und gegessen. Also hier liegt Rex. Es ist Lucky. Lucky ist jetzt mein Huhn. What the fuck? Ich hab ein Huhn gegessen und getötet. Und leust du mit dem Huhn rum? Ja, ich hab's gefangen. Es ist mein Huhn. Ich hab's gefangen. Meins. Ähm. Wie fängt man das denn? Ja. Ja, mit dem Magneto-Stick, ne? Was machst du da mit der Leiche, Henny? Will keiner wissen. Naja, er steckt das zu gerade in Rex' Arsch. Autsch. Ich hab das Gefühl, das Huhn ist explodiert. Ich bin aber baum sicher. Schalala. Nein, du musst ihn einspenden. Du musst jetzt eigentlich schon wieder in den Waffenraum. Na? Hallo, Eddy. Ich verlaufe mich auf dieser Map immer. Trau dir nicht, Eddy. Wie? Ich denke, das ist der Raffenraum. Der R-R-R-Raffenraum. Hallo, Sü. Na, Neo. Warum ist hier keine Kacken-Munition? Hä? Eddy ist es! Eddy ist es! Hinter dir! WTF ist denn hier jetzt schon wieder kaputt? Ja, und dann müssen Fabi. Ey, du... Ohne wird's... Wieso erschießt keiner Fabi sofort? Ich schreie los, Fabi ist es. Und keiner erschießt! Du hast ihn ja wirklich bedrängt. Bitterer, Alter! Ohne Witz, wir müssen diese scheiß Regeln festlegen. Ich fand das gut. Ich fand das so gut. Hallo, Stefan? Rex, ich war mit meinem Huhn beschäftigt. Es tut mir leid. Ach, du bist ein Untermensch. Alter, ich hab... Ich fand das gut. Natürlich fandest du das gut. Natürlich. Weil du kacke bist. Als Tee fand ich doch schon sehr nice. Hier gibt's bei dem Laden, hier kann man... Das ist so ein Griechen, da kann man Grease Pep bestellen. Griechisches Pep, Alter. Auf jeden Fall. Mit Tzatziki-Flavor. Ey, Alter, ich hab noch keine Waffe. Fabi! Rex! 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 Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ach, da ist der Waffenraum! Ey, die schießt auf mich! Ja klar ist hier der Waffenraum. Guten Tag! Hallo! Guten Tag! Hallo! Dann hast du mir da hinterher geworfen! Für Kilian! Gutes Kombo! Oh Mann! Ey, ach, hier sind... Ah, hier sind Waffen. Okay. Seit wann gibt's Waffen? Was sind Waffen? Ich versteh die Welt nicht. Ja, ne? Damit hat man sich, glaub ich, lieb. Gibt einen Waffenraum. Ja, warum soll ich das denn wissen, Alter? Die endliche Waffe! Ich spreng uns alle in die Luft! Oder auch nicht, weil... Ich spreng euch alle! Oh! Ich bin ein Ninja. Ach... Du bist gar nichts. Natürlich! Ich bin grad aus dem Raum verschwunden und dass die im Raum das gesehen haben! Du bist ein Nichts! Ach, halt die Kappe! Hallo Henny! BTF? Du bist der Nahkampf, ich bin der Fernkampf, okay? Du bist ja einfach nur behindert! Wo bist du denn jetzt? Wo bist du dagegen gefallen? Zeig mir, wo du dagegen gefallen bist! Ach, hast du auch keine Kappe hier gemacht? Nicht wundern, ich bin gerade eben am Bestellen, ne? Also, ich stehe eben dagegen. Ich bin einfach nur rückwärtsgelaufen oder bin ich weggehoben? Jetzt hab ich auch Hunger! Rex, bringst du mal was vorbei? Ja klar, Alter! Genau! Ja, warum nicht? Ich hab hier ein Game gelegt, du kannst von hier aus dann weiter mit TTT zocken. Ey! Darf ich dir jetzt in den Kopf schießen? Ey, verpiss dich! Böses Tief! Böses Tief! Hallo Tief! Hast du gerade? Lol, das ist mir gestorben! Es ist Henny! Es ist Henny! Es ist Henny! Äh, in der Nähe von mir ist jemand gestorben. Es ist Henny! Wie? Nee, ist Tee oder was? Ja! Verpiss dich! Er hat das arme kleine Tief betötet! Hast du gerade eingekauft? Ey, ich hab gerade gesagt, ich bestell mir was zu essen! Ja, das könnte aber auch ne Ausrede sein! Ha! Henny! Du kannst doch nicht einfach Tief vor mir töten! Was soll'n das? Ah, ich hab mich mal gemutet! Ah, bitch! Was ein Arschloch! Ah, Gott, Alter! Ich bin mir relativ sicher, dass ich gleich sterben werde, weil das nicht stimmt! Was ein Arschloch, ne? Du bist so ein Arschloch! Ey, was denn? Du tötest immer Leute mit dem Melanon, aber da durftest du auch mal damit sterben! Wie viel waren hier auch Freunde? Gemischter Salat mit aromatisiertem Lachs! Nein, ich vertraue dir nicht mehr! Mit dir spiele ich kein Terraria mehr! Da hätte ich jetzt Bock drauf! Was? Nein! Ein Bohnensalat, Alter, genau! Nein, da hätte ich keinen Bock drauf! Ja, nach Empfehlung unseres Chefkochs! Was ist das denn für ein Laden? Ich würde empfehlen einen Bohnensalat! Also, ich hätte jetzt gerne den Salat mit dem aromatisierten Lachs! Ich hätte jetzt gerne dich in meinem Salat serviert mit Dressing! Oh, geil! Oh, was für Dressing! Ja, Fick-Dressing, Alter! Oh, Gott! Da haben wir auch schon den Folgentitel! Fick-Dressing! Oh, Gott! Normal, Alter! Ne, ne, ich hab auch schon eine Idee für ein Sumpnei besser! Du, Wichser! Warum hast du da so rumgestanden? Ich bestelle immer noch Essen, Mann! Ach so! Hose, Eddie! Fabi, warum hab ich das Gefühl, dass dein Thumbnail irgendwas mit dir und deinem Apfel zu tun hat? Ah! Nein, es hat was mit Mark zu tun! Hä? Ich bin weg, lol! BTF! 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 Ich glaube, irgendwie ein bisschen gestorben! Oh! Was denn? Warte mal, warte mal! Cool! Hier, hier liegt ne Leiche! Wo? Wer ist es? Äh, Xyv, Xyv ist tot! Ist gestorben durch... Wo durch? Äh, ne ne Gäv! Hab ich ne, am Schrotter! So, Leiter! Warum schieß ich denn immer? Ich werd... Oh, da könnte ich mal einen Anruf! Echt mal? Dun 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 dun! Ich verlaufe mich hier schon wieder! Oh! Oh, da ist's! Toll! Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Das war, das war hier! Dings, 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 Dings! Äh, Hinni, 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 Hinni! Nein! Rex, Rex ist es! Stimmt gar nicht! Hahaha! Das ist unfair! Der Perl, ich bin nicht besser als nüchtern! Hinni, Hinni,ñas, Rechse. Was! Hahaha! Das war gut! Auf jeden! Geile Runde Leute! Bis zum nächsten Mal! Tödelün! Tschau! Mix